Kommunikation. Eine weltumspannende Kommunikation. Telefon, Television. Die Menschheit will sich mitteilen. Sie will voneinander hören. Sie will einander sehen. Selbst astronomische Entfernungen sind kein Hindernis. Niemand ist mehr allein. Alle haben Anschluss. Anschluss an alles. An alle Energiequellen. Es gibt keine wirkliche Existenz ohne Anschluss an die Lebensnerven der technisierten Welt. Diesen Anschluss haben, heißt teilnehmen können, mitmachen können, in unmittelbarer Verbindung stehen. Anschluss wurde ein vielschichtiger, lebensnotwendiger Begriff auf allen Gebieten der heutigen Lebensform. So gesehen erhält vieles neue Aspekte. Es existiert das Streckennetz der europäischen Eisenbahnen. Ein Netz für hohe Geschwindigkeiten, dichte Zugfolgen und schwerste Lasten. Hunderttausende Kilometer. Hunderttausende erreichbare Orte und hunderttausende Güterwagen. Wer teilnehmen will, wer unmittelbar teilhaben will, braucht Anschluss daran. Die Voraussetzung für die Ausschöpfung aller Chancen, die in diesem leistungsstarken System liegen, zum wirtschaftlichen Vorteil aller, ist ein zweckmäßiger, auf die jeweiligen örtlichen und betrieblichen Verhältnisse zugeschnittener Gleisanschluss. Nur tragbare Transportkosten machen die Güter Transport wert und geben dadurch vielen Industrien erst die Freiheit in der Wahl ihres Standortes. Das zwingt zu Fördereinrichtungen mit gewaltigen Leistungen und drängt zur völligen Automation der Umschlagtechnik. Automation verlangt zentral steuerbares Zusammenwirken der verschiedenen Systeme und das ist nur möglich, wenn die einzelnen Transportträger zentimetergenau miteinander kuppelbar sind. Im Fahren nehmen die Wagen, zu ganz Zügen zusammengestellt, ihre automatisch gewogene Ladung auf. Eingebaute Rechenwerke registrieren alle Daten für die Planung und Kalkulation des Empfängers. Fernschreiber lassen sie den Transport vorauseilen. So fügt sich der Transport über die Schiene nahtlos in den innerbetrieblichen Transportfluss des Produktionsablaufes. Der Automation im Anschlussgleis des Versenders entspricht mit gleicher Präzision und Leistung die Entladung im Anschluss des Empfängers. Dabei erspart der regelmäßige und pünktliche Zulauf in absprechbaren Umlaufplänen die kostspielige Vorratshaltung. Auch hier fädelt das Anschlussgleis die Wagen im Ganzzug haargenau in die Anlage. Ein Knopfdruck genügt und rund 1000 Tonnen Kohle fallen auf einen Schlag in den Bunker. Voraussetzung ist ein Partner, der das kann und auf den man sich verlassen kann. Der Zwang zu durchgreifender Rationalisierung verleiht dem Gleisanschluss gerade heute besondere Bedeutung. Nicht nur für Betriebe, deren Wettbewerbsfähigkeit von den Transportkosten abhängt, sondern in zunehmendem Maße für Unternehmen, deren Hauptanliegen der Transportqualität gilt. So sind zahlreiche Industriegelände der jüngsten Zeit auf leistungsfähige Gleisanschlüsse geplant und durch sie erschlossen. Der Anfang ist das als Industriegelände ausgewiesene Terrain in der Nähe einer Bahnstrecke. Weichen lassen einen Zubringer aus den Streckengleisen zu dem Gelände ausscheren. Das Stammgleis. An dieses Stammgleis binden sich Nebenanschlüsse und verästeln sich zu den eigentlichen Gleisanschlüssen der einzelnen Betriebe. So fördert die Schiene die Ansiedlung von Industriewerken und Handelszentren und bietet jedem Betrieb unmittelbaren Anschluss an das länderüberspannende Schienennetz. Anschluss zum Kunden, im Inland und jenseits der Grenzen. Im Stammgleis übergibt die Bahn die zuzuführenden Wagen und holt sie nach End- oder Beladung in den Anschlüssen wieder ab. Sie bedient auf Wunsch auch die Anschlüsse selbst. Für Unternehmen der weiterverarbeitenden Industrie und für den Großhandel wird bei der Wahl des Transportmittels im Wesentlichen die Transportqualität den Ausschlag geben. Schnell, pünktlich und schonend. Forderungen, denen die Bahn, zumal im Gleisanschlussbetrieb, in hohem Maße gerecht wird. Man braucht sich nur das vielfältige Angebot von Spezialwagen vor Augen zu halten. Mit Schiebe- und Schwenkdächern, Schiebewänden und Transportschutzeinrichtungen, Muldenkippern, Druckluftentleerung. Die Abstimmung der eigenen Lademittel auf die Einrichtung des modernen Güterwagens, präzises Zusammenwirken von geschickten Helfern und geübten Gabelstaplerfahren, die einander nicht behindern und deren Ladewege sich nicht kreuzen, führt zu erstaunlichen Ergebnissen. 30.000 Flaschen auf 24 Paletten. Verladen in 25 Minuten. Scheinbar spielend geschafft. In einem Großraumwagen. Die Paletten paarweise durch bewegliche Trennwände geschützt und luftgepolstert und alles unter eigenem Dach und Fach. Zur Abholung werden die einzelnen Wagen und Wagengruppen der Anschließer und Nebenanschließer wieder gesammelt und dem nächsten Bahnhof zugeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der wesentliche Teil des Güterfonds Verkehrs auf der Schiene läuft in die Nacht hinein und erreicht seine Zielbahnhöfe im Nachtsprung. Die Bahn nutzt zum Vorteil ihrer Kunden die Nacht. Hinter dem verpflichtenden und umfassenden Begriff Transportqualität steht auch die moderne Rangiertechnik in weitgehend automatisierten Betriebsanlagen. Moderne Ablaufstellwerke steuern über Prozessrechner rationell und schonend das Neubilden der Güterzüge. Die über Lochstreifen gesteuerte Automatik stellt die Weichen für jeden Ablauf, bremst oder beschleunigt die Wagen, damit sie sicher und ohne schädliche Auflaufstöße ihre Ausgangszüge erreichen. Diese Technik macht es möglich auf großen Bahnhöfen täglich über 5000 Güterwagen in die Streckengleise zu führen. Täglich gegen 4 Uhr morgens stellt die Bahn diesem Großhandelsbetrieb mit 30 Filialen etwa 40 Wagen mit Waren aller Art aus allen Ecken Europas an die Laderampe seines Anschlussgleises. Hier wirken sich alle Vorteile aus, die der Gleisanschluss zu bieten hat. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit bei jedem Wetter. Arbeitskräfte und Lagerraum des Großhändlers sind teure Mangelware. Deshalb ergänzt er auch die nicht verderblichen Waren fast täglich. Das erfordert einen programmierten Ladebetrieb bei sparsamem Personaleinsatz. Die Bahn ist es nicht, die ihn drängt. Die Ladefristen sind ausreichend bemessen. Aber noch im frühen Morgengrauen muss die letzte Kiste eingewogen und an der für sie bestimmten Ladestelle gestapelt sein, damit die Ware abends versandt, morgens vor Geschäftsöffnung in den Filialen pünktlich zur Hand ist. Der wichtigste Teil des Gleisanschlusses ist die Ladestelle, für die alle anderen Anlagen, so umfangreich sie sein mögen, nur Zubringer sind, um mit denkbar geringem Aufwand an Zeit- und Rangierbewegungen den Güterwagen der Ladestelle zuzuführen oder von dort abzuholen. Häufen sich die Ladestellen, werden Ordnungsgleise notwendig. Manchmal wachsen sich die Ordnungsgruppen zu echten Verschiebebahnhöfen aus. Der beziehungsvolle Straßennahme in einem neuen Industriegelände kennzeichnet das Ausmaß der Wirkung, die eine aufstrebende Stadt in Süddeutschland von der Anlage eines Stammgleises erwartet. Und noch einmal, Stammgleise fördern die Ansiedlung von Industrie und die Bundesbahn fördert die Anlage von Stammgleisen durch Planungshilfen sowie kommerzielle und technische Beratung. Stammgleise in Verbindung mit ihren Anschlüssen und Nebenanschlüssen auf Versender- und Empfängerseite bieten den echten Haus-Haus-Verkehr über die Schiene und tragen damit wesentlich zur Entlastung der überfüllten Straßen bei. Übernimmt der Anschließer in seinem Gleisanschluss den rangiertechnischen Betrieb selbst, so bieten sich ihm hierfür zahlreiche Möglichkeiten. Bewährt sind immer noch Seilspillanlagen, die meist elektrisch betrieben werden. Sind Anschlüsse ineinander geschachtelt, schwer zugänglich oder stören Drehscheiben den Bewegungsfluss, so ergeben sich unnötig hohe Betriebskosten. Die Förderungsmaßnahmen der Bundesbahn gelten auch der Überprüfung und Erneuerung solcher veraltete Anlagen. Die Industrie stellt Überlegungen an, um auch auf örtlich eingeschränkten Gleisanschlüssen den Betrieb rationell zu machen. Die öffentliche Ladestraße einer Schiffsanlegestelle begrenzt den Spielraum des anliegenden Werkes und unterbindet den Einbau einer Weiche hinter der Ladestelle. Das Truckmobil, ein kombiniertes Schiene-Straße-Fahrzeug, weiß sich in diesem Fall zu helfen. Nach Erledigung der Rangierarbeit auf dem Zustellgleis, heben die quer zur Schiene liegenden Achsen mit gummibereiften Rädern das Fahrzeug hydraulisch aus der Schiene und tragen es zum daneben liegenden Abholgleis. Auch das Kuppeln der zu rangierenden Wagen geschieht hydraulisch und 300 Tonnen schafft die kleine Zugmaschine leicht auf der Schiene. Die gesamte Gleiseinlage dieses Werkes wurde zur noch rationelleren Betriebsführung im Gleisanschlussverkehr erneuert. Die Bahn half bei der Verbesserung der Ladeeinrichtungen, weil sie interessiert und bemüht ist, die Zusammenarbeit mit der Industrie zu vertiefen. Das dient beiden Seiten. Denn nur die moderne und rationelle Anlage in Verbindung mit der geschickten Abstimmung der innerbetrieblichen Fördermittel auf das Wagenangebot der Bahn, bringt die Vorteile eines Gleisanschlusses in vollem Umfang zur Geltung. Im Transportwesen ist die Bahn wichtigster Partner der Industrie. Wie auch umgekehrt die Bahn jährlich Aufträge für viele Milliarden Mark an die Industrie vergibt. Im Wesentlichen zur Modernisierung und Erweiterung ihrer Betriebsanlagen und Betriebsmittel, zur besseren Bedienung ihrer Kunden. Die Bahn vergrößert ständig ihren Park an Spezialflachwagen, großräumigen, gedeckten Wagen und Wagen für schwerste Lasten. Sie befördert Privatgüterwagen der Gleisanschließer mit Sondereinrichtungen für den Transport spezieller Gutachten zu günstigen Tarifen und scheut auch kein heißes Eisen. Die Bedeutung des Gleisanschlusses als ureigenste Form des Haus-Haus-Verkehrs wird auch nicht gemindert durch den kombinierten Verkehr. Dem Container und Großbehälter gehört die Zukunft. Er erweitert den Anschlussverkehr zum Haus-Haus-Verkehr nach Übersee. Auch der Container öffnet im Gleisanschließer das Tor zur Welt. Die Bahn ist in Bewegung mit dem Ziel bester Verkehrsbedienung nach kaufmännischen Grundsätzen. Dem entspricht das von der Bundesbahn erarbeitete Münchner Modell, das die industrielle Verwertung von Bundesbahngrundbesitz zur Steigerung des Frachtaufkommens vorsieht. Eine Million Quadratmeter brachliegendes Bahngelände mit Gleisanschlüssen wurden Ausgangspunkt und Leitbild für die Ansiedlung verkehrsverdrängter Unternehmen aus Handel und Industrie dicht vor den Toren der Stadt. Echte Partnerschaft schuf aus der ehemaligen Schafweide in fünf Jahren ein Industriezentrum von europäischer Geltung. Der Europa-Industriepark liefert täglich den unwiderleglichen Beweis für die Bedeutung des Gleisanschlusses. Spurkranz und Schiene werden sich auch in Zukunft als unersetzlich erweisen für die Wettbewerbsfähigkeit durch rationellen Haus-Haus-Verkehr. Hier bietet die Schiene der verladenden Wirtschaft eine echte Chance durch unmittelbaren Anschluss an die Märkte der Welt.